Moin Leute zu einer neuen Format-Testaufnahme, wie auch immer man das nennen will, mit tatsächlich einer komplett neuen Aufnahmetechnik, die über eine Capture-Karte in dem Fall läuft, mit dem Bild auf dem Fernseher, der jetzt hier steht, wodurch ich jetzt nicht ganz so passend gucken kann, hier wiederum dann jeweils zwei Monitore, die mir die passenden Infos wiedergeben, mit Zeitmesser, allem drum und dran, was hier, kommt ja über den Spy-PC, wo man merkt, ich habe hier nämlich jetzt einen tatsächlichen Zweier-Setup, und wir sehen könnt, jetzt einfach nur, weil ich das testen will, die Aufnahme, seht ihr da die Startbedingungen, wir spielen eine Runde schnell Schlag-Rise of Nations, auf einfach, weil ich will jetzt einfach nur erst mal testen, ob das überhaupt funktioniert, und dann werden wir das gleich sehen, so ungefähr, ne, ob das in Camtasia, da habe ich auch abgedatet, statt den 7er benutze ich jetzt den 8er, Camtasia Studio 8, mal sehen, ob das alles soweit jetzt funktionsfähig ist, und ob ich das durchgekriegt kriegt, und ob das Video am Ende so läuft, wie ich es gerne hätte, das ist nicht sicher, dass das so ist, und dass das so wird, also hauen wir rein, theoretisch müsste alles tadellos laufen, und es sollte keine Störungen geben, dem Auto kann ich mal ausmachen, weil der lenkt mich leider tierisch ab, da läuft nämlich hier Dings drauf, deswegen lenkt mich das tierisch ab, ich brauche ja nur das da, und es scheint tatsächlich soweit zu laufen, also ich habe hier keine Fehlerangabe, was ich gut finde, kann ich den Moment auch ausmachen, so, dann habe ich jetzt nur das, der Sound kommt allerdings über die Boxen von Dings, äh, vom PC Lager, ich könnte natürlich auch die Fernsehboxen benutzen, aber im Moment habe ich das jetzt mal da rüber laufen, was auch nicht so schlimm ist, obwohl ich ein bisschen leiser machen muss, so, bisschen leiser schnell bei den Boxen, ja, auch das klassische Problem ändert sich nie, wie gesagt, Professionalität, versteht sich doch von selbst, ist professionell, erstmal, eigentlich wollte ich schon auf HD stellen, einziges Manko, was ich gemerkt habe, es gibt keine HD-Einstellung, das da, ich weiß nicht warum, ob die Mindestauflösung vom Spiel ist, 1080x768, statt 720, also Standard-HD-Lösung, warum auch immer das so ist, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass es so ist, und ja, flämt mich bitte jetzt nicht, wir spielen hier auch leicht, okay, flämt mich da bitte nicht für, dass ich scheiße spiele, ich lege da sowieso nicht drauf an, gut zu spielen, ist eh nur eine Testrunde, kann man überlegen wegen Häuser, aber, scheiß, doch, man kann es machen, ich habe eh genug, Leute, also, Strauße, Wollt man sich immer, ne, ich betone, es sind Strauße, wie können Strauße, oder Pfau in dem Fall, wie können die Metall liefern, bitteschön, also, ne, ich meine, das ist eine ernst gemeinte Frage, ich kenne selten ein Tier, wo du einfach mal hinkommst, den Hals durch, durchaus so ungefähr, oder sie töten, in welcher Form auch immer, und die, kotzen dir, Stahl vor die Füße, das hatte ich noch nicht unbedingt erlebt, also, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber ich halte es für wenig realistisch, wenn man mich fragt, aber wer bin ich schon, dass er Ahnung hat? Am besten so, am besten das Metallvorkommen gleich mit sichern, ich nehme immer Auswahl, ich nehme immer Berge, irgendwie, ich orientiere mich immer an Bergen, weiß nicht warum, ja, das ist schon mit den Leuten, ich brauche sowieso, das stimmt mir unter leicht, werfen sie keine Atombomben, also kann ich auch eng bauen, da macht das gar nichts, das ist unter mittel schon schwerer, da werfen sie natürlich Atombomben, Wieso wird Prozente mit angegeben, ich habe doch eigentlich eingestellt, dass Territoriums Sieg fehlt, also, dass das nicht mehr gilt, hm, naja, was soll's, so, klar, ich mal ein bisschen hier, verpiss dich Fliege, weißt du was nervig ist, wenn Fliegen, nicht mal so, dass Fliegen an sich nervig sind, oder dass sie einen stören, aber ich finde es schlimm, wenn Fliegen einen auf der Hand, also nicht auf der Hand ist eigentlich chillig, aber wenn sie irgendwo am Kopf rumfliegen, das finde ich nervig, wenn die einem gefühlt durchs Gesicht krabbeln wollen, das ist nervig, wenn Fliegen am Fuß oder an der Hand rumfliegen, dann finde ich das eigentlich immer witzig, weil, das kitzelt immer so, da muss man sich echt wundern, so, ich meine, die wiegen nichts, und ich meine, die haben, wenn man bedenkt, wie was, die wiegen nichts, aber trotzdem, fühlt man, fühlt sich, da wird sich an, wenn die über empfindliche Stellen laufen, ich finde aber, das fühlt sich so schräg an, also finde ich jetzt, dass sich das so schräg anfühlt, ich hoffe natürlich, dass das jetzt weiter soweit funktioniert, ich muss zwar noch ein bisschen lernen, wie man die Karte teilweise verwendet, ich habe nämlich eine, ich nehme das ja drauf über eine Ava Media Live Gamer, und ich habe hier tatsächlich ein Gaming PC in dem Sinne, der wirklich nur die Spiele abspielt, der ist natürlich schwächer als der Aufnahme PC, was so viel Geld habe ich dann doch nicht, aber ich muss sagen, der Gaming PC spielt alle Spiele bis jetzt sauber ab, und der Aufnahme PC, der hat gut Power eigentlich, der also, und falls jemand fragt, nein, es ist nicht der FX, FX 8000, der da jetzt drin werkelt, mittlerweile wird auch der wiederum, weil, weiß ich nicht, ich hatte irgendwie Probleme mit dem anscheinend nur, irgendwie wollte er nicht so ganz mitspielen, wie ich das will, da habe ich ihn dann halt durch einen, AMD Phenom 2, 1090 T, also jetzt, auf dem alten Mainboard, ich kann gleich sagen, läuft spitze, läuft so sauber, so ruhig, ist einfach nur ein Traum, ist einfach nur ein Traum, wie ruhig das läuft, so, bitte mal ein bisschen, ruhig, rutschen, so, so, hey, nicht rumklödern, so, dann lasst du, stehst du doch gar nicht, kennt ihr das, wenn der, wenn der, irgendwelche Geräusche machen, sich denkt, baut er keinen Scheißrechner, weil man nie weiß, ob der nicht doch Scheiße baut, kennt ihr bestimmt, schreckliches Gefühl finde ich, weil man einfach nie weiß, baut er Scheiße, baut er keine Scheiße, man weiß es nicht, und ist dann jedes Mal ein bisschen, hm, ein schreckliches Gefühl, ein schreckliches Gefühl, darf ich mal erkunden hier, nach und nach, so weiter geht's, wir brauchen natürlich ein bisschen mehr Öl, ist klar, ein Metall sowieso, der hier erkundet erstmal schön brav, der will entgegenfahren, und jetzt brauchen wir ein paar mehr von denen, das ist eigentlich eine schöne, ich meine, die sind richtig schön flott, und vor allem, die sind in erster Linie so billig, und dann bringen die vor allem auch noch eigentlich ziemlich viel, ich mache mir jedes Mal Nahrung und Gold, für Lau, für nix, finde ich eigentlich sehr schön, so, und dann mit Ideen, ich glaube, gleich müsste ich da eigentlich wieder was machen können, wie gesagt, bitte mich hier nicht irgendwie verteufeln, weil ich nicht so tolles Spiel, ich bin nicht so gut in sowas, so, ich meine, warum nicht, ich meine, ich hab's ja so eingestellt, ne, dass wir schön gemütlich spielen können, wuuuusaa, ne, ne, wir haben nochmal ein bisschen einkaufen, so, wir haben das hier, so, hau mal rein, warum mit, geht schneller, ähm, Mö, philis, ich, find's vor allem lustig, dass da, dass da Holz so viel gebraucht wird, ne, ich, find das amüsant, für einen Ölplattform, die fast nur aus Stahl besteht, braucht man, komm, schaue, ganz viel Holz, denke ich mir jetzt mal so doof wie ich bin man kann sich den vorteil sehr gut erschleichen dadurch also tut manchmal wenig in der nase kennt ihr das schrecklich ist das praktische manchmal ist unter leicht kann man die eigentlich folgen wie es zurück drängen ist mir aufgefallen so da kann man nicht richtig schön gemein zu denen sein weil man kann sie so weit zurück drängen einfach einfach nur durch den umstand und dem man die städte einfach schön weit außen platziert ich kann man den voll einen rein drücken jedes mal es funktioniert erstaunlich aber ziemlich gut irgendwas noch was hier hingebaut werden muss außer des und das hier ich hätte das ist schrecklich ne meine ich damals fliegt mir fast ins auge diese blöde fliege die will stress die will förmlich erschlagen werden von mir aus würde sich zwangsweise erschlagen werden weil ich bin ein sehr sehr lieber mensch der ein sehr sehr großes herz hat viel geht hier aber muss echt schon sagen dieses mistfiech legt es echt drauf an zu sterben und ich bin noch lieb ich möchte dem viecher noch eine chance geben aber wie gesagt dieses viech legt es echt so drauf an drauf zu gehen ich meine es will sterben so mein eindruck ich meine ich sehe ja gerade mit dem lilanen habe ich ja noch frieden mit dem roten habe ich ja krieg also kann ich doch nach und nach eigentlich mal anfangen so ein bisschen schutz hinzustellen so schnell kommen die anderen ja auch nicht vorwärts das ist das schöne die anderen nicht so schnell vorwärts kommen ja wenn die doofnusswitze wenn diese doofnüsse wüssten dass am ende noch alles kommt wieder geht es rund und dann mache ich natürlich fett krieg das witzige wieder ist wenn man eine ganze stadt hinstellen kann und was braucht sie ein bisschen holz kras einfach daheim aus platz technischen gründen wenn wir uns hier hin krisen ja ja wirst du ja ja ich hat so man sagen man testet das hier so eigentlich nur gerade mehr oder weniger naja kommt man nicht gleich damit obwohl die meist schneller ja 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 wieder einmal produzieren man kann ja das gucken dass man mit der mini er wieder mal rein kommt also wenn ich das veröffentlichen sollte übrigens ernsthaft dann könnt ihr euch wundern das ist normalerweise nicht so in meiner art tatsächlich da haben wir einfach mal meine stadt ein bisschen kaputt gemacht die schweine die bösen bösen schweine wir können die so gemein sein zu mir sind so böse da brauche ich ihnen gar nichts getan warum sind die nur so gemein und böse zu mir nur weil ich dinge tue hier manchmal ideen schrecklich schrecklich diese leute hier manchmal ideen sie merkt wegen individuen mal sehen wie lange der frieden mit denen aber er besteht super so kann man das auch noch dazu kann man das doch auch mal fände ich jetzt ist das nicht schön so muss das laufen ich finde das großartig wenn das so gut geht oder wie wie es beim team läuft ne ich liebe es wenn der plan funktioniert ach ja ich sag euch man friert nach einer zeit echt ein in solchen sachen wenn man das so lange nicht mehr gemacht hat das aufnehmen dann wird man meistens echt man merkt einfach doch innerlich man man da friert ein bisschen was fest oder rostet was fest ich finde einstieg ist im ersten moment immer so schwer aber immerhin einfacher als manch andere dinge so nach und nach wird das doch passiert man kann ja so mal ein paar machen so nach und nach brauchen ja eh auf den feldern man kann ja so mal ein paar machen so nach und nach nach wo nach wo nach wo nach wo nach wo trotzdem könnt ihr das mal machen schon mal vorab so ein bisschen seitensicherung damit die da nicht einfach so ankommen logischerweise die sollen mich gleich so in die seite fahren ich mag das nicht wenn sie so gemein sind und so böse mir in die seite fahren ich finde das ist immer ein bisschen arg bösartig grausam gemein unfair unfassbar mies schrecklich mehr weiß ich auch nicht da wollte ich gar nicht auf zugreifen leute ich habe ja zum glück eingestellt dass man diplomatie machen kann ich würde langsam mal interessant aus da kann ich mir so nachmachen müssen helfen geht ja wird eh leicht spannend immer dieses warten 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 was nerviges gibt es teilweise gar nicht so geht also nicht schade so geht also nicht schade wenn sie so einfach mal eben schnell machen läuft auch bis jetzt ganz gut meistens ist es sogar so will ja anscheinend nicht das problem anscheinend wenn man kommt so nach und nach her vorwärts auch wenn man sich träge ist manch dauert ein ewig ich brauche noch viel mehr leute anscheinend aber irgendwie habe ich hier nicht genug ressourcen ich kriege ihn schnell noch zusammen das ist echt für den arsch scheiße im wahrsten Sinne meistens ist es blöd man braucht immer diese sechste technologie hier dann kann man Raffinerie machen und kriegt man die Ölproduktion noch nach oben dann geht das auch viel leichter mit den Einheiten habe ich schon betont habe ich schon betont dass ich die verdammte Fliege nervig finde er zerfliege ich meine so eiskackend reißig sein und mir sich auf den Kopf setzen es gibt nichts schlimmeres es gibt selten etwas schlimmeres am Arsch alter ich gebe keinen Frieden ne nix scheißer Frieden scheißer Frieden du hast schließlich zuerst Krieger angefangen ist so ist nicht mal gelogen der Arsch hat zuerst Krieg angefangen das möchte ich ganz klar nochmal an der Stelle sagen der hat zuerst Krieg angefangen nicht ich also ich möchte ganz klar sagen an der Stelle mal er hat Krieg angefangen die kann doch hier so schön machen stellen wir doch gleich mal alles dahin Nutzung Ausnutzung versteht sich oh man oh man ich weiß ja nicht was der machen will ne aber so gut geht es den Kerl anscheinend nicht mehr Alter nerfige Fliege gibt es hier etwas Schlimmeres also den geht es auf Dauer echt nur schlechter das ist mal ganz klar es wird nicht besser werden es wird nicht besser werden so es ist sowieso immer so stetig überschneiden also so ist ja siehste gleich mal da in die Ecke hinstellen durch drei Stück alles so auf dem Haufen passt das Nächste Übung ja ich liebe das nur das Einheimlimit wäre aber auch schön aber kriege ich gleich sozusagen dauert nicht mehr lange hihihi ach komm was will er mit dem paar Stück da der wird auf Dauer doch eh verlieren sieht man doch hier oben schon schöner Angriff aber ich müsste ich jetzt strikt nach oben ne mach ich jetzt auch ab nach oben statt kurz ihn entreißen dann ist er so sehr geschwächt dass er eh keine Chance mehr hat ich meine der hat jetzt schon verkackt wie will der gewinnen ich nehme willkürlich immer so einen Haufen eigentlich da raus weil ne ist es wichtig und nach wie vor kann das nicht schaden immer zwischendurch immer alles mögliche an Einheiten machen hat man bunten Mix vor allem am besten jede Runde sowieso übertrieben viele Einheiten machen sonst kommt man in dieser blöde Auszeichnung da nicht voran die ist teilweise echt übertrieben gemacht die Auszeichnung ein bisschen übertrieben finde ich aber naja ach komm was willst du machen so da gibt es ein paar U-Boote die schicke ich denn mal zu ihm damit er nämlich mal seine sollte er ein Boot haben der es kaputt machen kann dann kann er nämlich schon mal keine Ressourcen mehr kriegen sozusagen der dreht fett Mucke auf der hat richtig dick Mucke da drin ich sag dir der dreht richtig hart die Mucke auf da drin deswegen ist das deswegen babbelt er so sowas packt nie wir hätten dir heute irgendwie sowas wie ich werde dir heute hardstyle drin oder so schön hartstyle Musik erstmal einbauen so jetzt mal im Ernst der hat keine Ölquelle mehr oder so eigentlich muss doch da irgendwann mal naja oh da hat er noch einer wieder einmal da hin so das verteilen wir hier alles mal passend einfach damit ich alles sehen kann was oben herum so auf dem Meer passiert wahrscheinlich kann er eh fast nichts mehr machen so sauber läuft doch der hat doch gleich keine Müll mehr damit ist der gefegt entschuldige ich weiß man soll nicht so hart er würde benutzen aber ist doch wahr er ist doch richtig hart penetriert das wollte gerade sagen das ist ja süß jetzt hat er schon wieder jetzt hat er gar keine schön und bitte einmal hier drauf die müssen ja mal nach hinten laufen die müssen ja mal nach hinten laufen die müssen reißen und jetzt kommen dann erstmal meine mein Geht das war es jetzt aber gemein ach komm Ach, krumm. Rauf her. Hm. Muss ich da erst richtig Ruhe? Muss ich da erst richtig was reinscheppern, bevor da Ruhe herrscht? Können wir auch so machen, das ist nicht das Problem. So, einmal bitte da hin. Einmal bitte da hin. Die können wir komplett rausholen, die Teile. Dann tut es auch auf jeden Fall weh. Können wir alles probieren, wenn er möchte. Ganz liebend gerne. Dann wird es aber weh tun. Aber wenn er möchte, dürfen wir es gerne machen. Also dann gut, Rückzug, alles bitte so schön hinstellen. Dann kriegt der Heul Dormelan rein. Ich muss sowieso ein paar Dinger von denen werfen. Was soll's? Ich wollte es sagen, bitte mal schneller zusammenbauen. Wir haben hier nicht 400 Jahre Zeit. Ihr kriegt eh eine Vollplättung jetzt rein. La 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 la. Ha ha. Ich weiß. Aber, na ja. Krönender Abschluss muss sein. Sonst reagiert das irgendwie nie. Ich will einen Krönender Abschluss, wenn wir es dann haben. So richtig hart mal krachen lassen. Und ihr möchtet ja bestimmt das auch sehen. Für Leute, die es nicht kennen. So schön sieht es aus. Bah. Schon ist Ruhe. Geht schnell. Ich finde das schön. Und dann wird er da rauf. Dann ist er auch Ruhe. Oh. Und. Tschüss. Tschüss. Es ist ein Wunder, dass das Gebäude noch steht. Ist auch nur die erste Version natürlich, die ich da reinwerfe. Die Weiterentwicklungen sind natürlich tausendmal extremer. So, ich denke mal, jetzt dürfte ein bisschen Ruhe da herrschen mal. Also eigentlich müsste ich da jetzt locker reinkommen. Sag ich doch. Sag ich doch. Ging das nicht schön schnell? So, schnell kann's gehen. Eine kleine Runde Rise of Nations. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, das Video dürfte hochkommen, wenn ihr es seht. Sonst natürlich nicht. Blöd. Brauche ich ja gar nicht groß labern, ne? Aber es ist nun mal eine Testaufnahme, um mal zu gucken, ob das neue Setup so weit funktioniert. Hoffe ja. Hoffentlich ist da nicht wieder ein Fehler dran. Mich nervt sowas. Deswegen habe ich auch umgebaut, wen die ganzen vielen Fehler, die nach einer Zeit sich reingeschlichen haben. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Ich habe keine Lust mehr da drauf. Um ehrlich zu sein. Also, haut rein. Bis zur nächsten. Aufnahme. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute.